Hi ihr Lieben! In diesem Video möchte ich euch ein bisschen zu den Eigenschaften erzählen. Nochmal kurz als Erklärung. Eigenschaften in Shopware bieten dir die Möglichkeit, deine Produkte mit filterbaren Informationen zu versehen. Außerdem dienen die Eigenschaften als Grundlage für die Generierung von Varianten. Also hierzu kannst du halt diverse Eigenschaften anlegen und diese entsprechend Optionen zu weisen. Also Eigenschaften können in dem Falle dann zum Beispiel die Eigenschaft Größe sein oder Form, Material oder sonstiges. Bei den Größen wären es dann zum Beispiel X, S, S, M, L und so weiter. Wie das Ganze aussieht, zeige ich dir am besten anhand eines Beispiels. Wie wir zu den Eigenschaften gelangen? Das geht jetzt über Kataloge und dann unter Eigenschaften. Dann gelangen wir in die Übersicht der bereits angelegten Eigenschaften. Da ich die Demo-Daten installiert habe, sind auch die Demo-Eigenschaften in meinem System drin. Auf der rechten Seite jeder Zeile kannst du über das Kontextmenü die Eigenschaften bearbeiten oder löschen. Du kannst über den Button Eigenschaften anlegen, neue Eigenschaften anlegen, du kannst die Sprache ändern oder halt auch die Eigenschaften hier oben durchsuchen. Beim Löschen von Eigenschaften beachte bitte, dass die Eigenschaft mit allen Optionen aus allen Produkten, deren diese zugewiesen sind, entfernt werden. Das solltest du jedes Mal vor Augen haben. Wie man eine Eigenschaft anlegt, zeige ich dir genau jetzt. Klicke dazu einfach auf Eigenschaft anlegen und dann gelangst du zu dem Modul, wo wir nun die Einstellung tätigen. In den Basisinformationen gibst du zunächst den Namen ein. Machen wir einfach mal Größe als Name und als Eigenschaft. Optional kannst du dann eine Beschreibung hinterlegen und du kannst festlegen, ob die Eigenschaft im Produktfilter von Produktlisten angezeigt werden soll. Hier hast du die Möglichkeit, Darstellungsoptionen auszuwählen. Du kannst also sagen, die Darstellung soll in Textform, Bildform, Dropdown oder Farbe geschehen. Du kannst die Art der Sortierung auswählen, individuell oder alphanumerisch und hier gibst du an, welche Position diese Eigenschaft hat. Also desto niedriger die Positionszahl, so wie hier in diesem Fall 1, desto höher steht dann auch die Eigenschaft. Um nun Ausprägung hinzuzufügen, ist es wichtig als Zwischenschritt auf Speichern zu drücken, weil nur jetzt öffnet sich auch das Modul für die Eigenschaften bzw. Ausprägung. Um eine Ausprägung jetzt hinzuzufügen, das gleiche Spiel, drücke einfach auf Ausprägung hinzufügen. Zunächst vergibst du einen Namen. Machen wir jetzt im Falle von Größen einfach jetzt mal Name bzw. Größe S. Da wir jetzt Darstellungsform Text ausgewählt hatten, wird dies auch als Text ausgegeben. Die Position wird auch wieder bei der individuellen Sortierung dazu verwendet, die Reihenfolge festzulegen. Hier auch wieder, je niedriger der Wert, umso weiter oben steht der Eintrag in der Liste. Wenn du als Darstellung Farbe gewählt hast, wird der im Feld Farbe hinterlegte Hexfarbenwert verwendet. Alternativ kannst du auch eine Farbe über die Farbpalette auswählen. Die Farbe wird dann z.B. in den Filtern im Produkt Blüste angezeigt. Bei Bild, also solltest du Darstellung Bild verwenden, kannst du im Feld Bild ein Bild auswählen. Also dies wird dann entsprechend in der Nestorfront ausgespielt. Das wäre dann hier unten. Du kannst eine Datei hochladen oder aus deinen Medien einstellen. Und das Ganze kannst du dann hier unten übernehmen. Nachdem wir auf Übernehmen gedrückt haben, kommen wir automatisch wieder in unsere Bearbeitungsmaske. Wenn wir zufrieden sind mit der ganzen Sache, also in diesem Falle haben wir ja auch nur die Ausprägung S für im Prinzip die Eigenschaft Größe erstellt, die dann als Textform in unserer Storefront ausgespielt wird. Wie gesagt, sind wir jetzt also zufrieden mit unseren Einstellungen, drücken wir einfach auf Speichern, gehen in unsere Übersicht zurück und sehen hier dann in der Auflistung unsere gerade erstellte Eigenschaft. Um das Ganze einfach mal zu veranschaulichen, gehen wir jetzt auch einfach mal in die Produkte rein. Ich werde jetzt nichts einstellen, da jetzt alles schon fertig eingestellt ist. Aber um euch einfach mal als Übersicht zu zeigen, wo jetzt die Eigenschaften sind, gehen wir jetzt einfach mal unter Spezifikationen und haben hier den Bereich Eigenschaften. Es ist natürlich auch möglich, mehrere Eigenschaften für ein Produkt zuzuweisen, wie in diesem Falle einfach Größe, Material und Ziegelgruppe.